Mal fast zum Gruße, liebe Mithy-Humans, herzlich willkommen zu einer weiteren Episode unseres Ender-A-Let's Plays hier auf meinem Channelü. Wir sind am Start und ich denke, hier geht's auch... Nichts als Trümmer und Asche. Beim weisen Eremiten, wie lang ist es her, dass ich hier war? Komm, das Versteck ist nur noch ein kleines Stück entfernt. Ja, Moment, ich loot hier noch schnell. Ein paar Tränke, ein bisschen Lichtmagie, Schriftrollen, alles mitnehmen. Okay, dann weiter zum Versteck, hä? Ich knall mir mal was zu essen rein, Jasper. Oh ja, klar, und eine Eispranke natürlich auch. Ender-A-Let's Krustenbrot, weil jetzt nicht, würde jetzt eher was... Ja, so eine gebackene Kartoffel. A little baked potato. Okay. Ah, er geht vor. Was war das? Das ist ja was ganz Neues. Bin da, Jasper, bin da. Direkt in deinem Nacken. Oh, eine blaue Malphasblüte. Der Jasper nimmt die nicht mit. Da merkt man halt den Unterschied zwischen Pro... Oh, my goodness, haben die mich erschreckt. Und Laie, wie spät bemerkst du die denn? Die waren doch direkt vor dir. Alter, Jasper. Ich dachte, Sneaken ist dein Business so? Ja, man, bin da, Jasper. So ein bisschen diebisch unterwegs, XD. Bin da auch voll der Dieb und kenn mich da aus mit Dinge und so. Ja. Was ist das? Alles klar, Jasper. Karren. Wie das aus dem Nichts kam. Oh, Mann, Alter, Jasper, du bist so ein King. Was ist er einfach für ein G, oder? Ey, wie er da direkt reinschleicht und dann loskämpft. Nutzt doch deinen Vorteil. Okay, er ist halt auch schleichender Nahkämpfer, aber... Ich hatte das Gefühl, die haben erst auf ihn eingeprügelt und dann andersrum, hm? Die Schattenstahlmine. Ah, hier will er nicht mehr sneaken. Halte ich für unklug, Jasper. Halte ich für sehr unklug. Na eben, da höre ich es doch schon, wie unklug das war. So, ah, dann holen wir die mal alle ab hier. Oder zumindest mal einen. Na, die sind gut tanky. Ich habe auch das Gefühl, wir machen kein Sneak Damage so, oder? Wir supporten einfach. Oh, oh, nice. Schön am Jasper vorbei immer. Den holen wir. Zack, direkt nochmal. Ah, ist schon tanky, unser Jasper, hm? Also wir wären ja schon hundertmal tot. Habe ich im Griff. Oh, Mana. Na, damit wir hier bald auch unseren Boy beschwören können. Habe ich schon Bock drauf. So ein kleines Grunzgrunz-Schwein. Das wird cool. The Manfraid. Heubert, schlafen. Ja, safe. Verlorene. Von den Schürfern sind wohl nicht mehr viele am Leben. Als ob da noch irgendjemand am Leben ist. Woher kommt die? Äh, woher kommen die? Gibt es hier eine Gruft? Weiter unten, ja. Von einem alten Landherren. Aber Adila und ich waren immer klug genug, die Pforte nie anzurühren. Der rote Wahnsinn muss sie geweckt haben. Oder jemand hat die Tür aufgebrochen. Arme Narren. Tja, dann müssen wir da mal nachschauen, oder? Und, äh, ein bisschen... Ein bisschen Ruhe im Puff bringen. So, kriege ich hier irgendwo noch einen geilen Wegesträumpfeil zurück? Yeah, so muss das gehen. Gibt es hier noch was? Irgendwie sieht es bei dir aus. Schürfer. Scharfe Spitzhacke. Scharf muss es sein, ne? So, Freundnase, wie sieht es aus? Hier sehe ich nicht viel Loot. Aber viele Leichennähmer. Ja, die haben halt alle scharfe Spitzhacke dabei. Ist schon cool, aber... Da war doch krass, oder? Ne, nur ein bisschen Dreck. Kann man hier erzen? Ja, der Jasper ist, äh, ne? Schon ein cooler Typ, aber... Schattenerz, ja? Sieh's mal. Jasper, das ist doch Quatsch. Kannst du hier so Premium Loot nicht zurücklassen? Das Gefühl ist immer besser, wenn wir's Combat eröffnen, als wenn der Jasper schon drin ist. Weil wir dann nicht unseren Schleichschaden bekommen, oder zumindest nicht im vollen Maße. Oh, da war doch Hängemoos. Ah, ich bin sehr gespannt, Leute. Ich bin sehr gespannt. Ja, da kommen safe nochmal Gegner. Uh. Ja, da verschwendet schon keine Zeit, unser Freund, gell? Er will direkt vorangehen. Ich hätte jetzt ja die Türe links noch gecheckt, zumindest, was da abgeht. Alter! Ja, okay, ich kann verstehen, dass ihr hier gechillt habt. Was ist die Lichtung, von der ich dir erzählt habe? Unser Versteck. Also, so schön war es in meinem Gully nicht. Ja. Gut, äh, was ist der Plan? Ich, äh, puh. Wir sollten nicht gemeinsam hinabgehen. Wenn Nadila wirklich da unten wartet und hinter diesen Morden steckt, ist sie unberechenbar. Dass ich mit jemand anderem aufkreuze, könnte sie als Verrat deuten. Halte dich also erstmal bedeckt. Ich werde das alleine lösen. Irgendwie. Dabei habe ich ein semi-optimales Gefühl. Wir reden hier von einer Serienmörderin mit der Macht eines schwarzen Steins. Sie hat dich sicher nicht zum Schwätzchenhalten hergerufen. Gut, aber sobald es brenzlig wird, schreite ich ein. Das ist unklug, Jesper. Ich komme mit hinunter. Wir könnten es uns bei ihm verscherzen, aber ich halte es schon für eine dumme Idee, ganz ehrlich. Äh. Wenn ich das hier halt sage, dann sagt er so, yo, du redest aber meine Schwester, Mann. Ja, klar, könnte ich verstehen. Vielleicht dann unklug. Ja, dann am ehesten gut, aber sobald es brenzlig wird, schreite ich ein, oder? Oh, ich hasse es aber ein bisschen. Okay, komm. Also gehen wir doch noch durch die Türe links. Ja, wir gehen durch die Türe links, perfekt. Das hat mich schon hier fast ein bisschen verrückt gemacht, dass wir die nicht checken durften. Okay, die Türe links. Wo war denn die Türe links? Bin ich schon dran vorbei? Bin schon dran vorbei, oder? Hä, die Türe links war doch eins früher links, als ich jetzt hier bin, oder? Ich glaube, ich bin eins zu weit, ja. Ja, bin ich auch, gell. Hier, guck mal. Da war die Türe links. Die gute alte Türe links. Ja, dann rein da. Oh, 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 Gegner drin. Ist ja, ist ja crazy. Aber vielleicht direkt mit Feuerpfeilen rein. Easy. Okay, äh, ja. Was haben wir hier am Boden? Ich dachte schon fallen, aber es scheinen nur Teppiche zu sein, oder so. Alte Teppiche. Alter Runenpfeil. Ja, komm, why not? Nehmen wir noch mal ein paar mit. Ich meine, die biegen ja auch nichts. Können wir ja immer easy verkaufen, im Zweifelsfall. So, schauen wir direkt mal weiter. Alte Schattenstahlmine. Gruft. Oh ja, da höre ich einige Knacker. Ja, die sollten wir mit einer 4 direkt abholen, finde ich. Also, 2. Und mehr sehe ich erstmal nicht. Oh, den holen wir noch. Schade. Na, wie sieht's aus, Freunde? Kommt der oder kommt der nicht? Aha. Hä? Wo ist der Pfeil hin? Der ist gerade einfach verschwunden, oder? Habt ihr den Pfeil gesehen? Ich glaube, der ist gerade einfach verschwunden. Ganz ehrlich, oder? Der war einfach weg. Crazy. Okay. Ja, was haben wir hier? Ne, ach so, die hab ich ja gerade gelootet. Genau, easy. Dann schau mal hier mal weiter. Wie sieht's da aus? Mhm, mhm. Könnte sich überlegen, ob ihr die Runenbögen mitnimmt, aber, na. Ich würd jetzt echt nur noch Sachen mitnehmen, bei denen ich sag, oh, wow. Ja, und sonst nehmen wir nicht mehr mit. Denn, ne, wir haben echt genug Cash. Das ist nicht das Problem. Was geht hier ab? Okay, irgendwie Sackgassen-Action so, ha? Oh, ich muss mega dringend urinieren. Aber ich halte es noch 20 Minuten aus. Ich glaube, ich werde es in spätestens 5 Minuten richtig bereuen, dass ich das gesagt habe, aber ist schon okay. Ist schon okay. So, hier rollen ein paar Skeleton-Limps rum. Oh, und einen wegestreuen Pfeil, den nehmen wir natürlich mit. Wahrscheinlich war das sogar der, der rumgerollt ist. Und dann gucken wir hier mal weiter, ha? Ein paar Pilze, immer. Hier so ein Schwamm kann man auch mal wieder mitnehmen, habe ich vorher ein paar ignoriert. Ich dachte, komm, gibt es immer genug eigentlich. Erst den hinteren, dann den vorderen. Easy. Komplett aus dem Leben geholt. Also, ich muss ehrlich sagen, ich mag den Schlangenbogen sehr gerne. Ich habe das Gefühl, dass das einer von denen ist, der ein bisschen schneller spannt als andere. Würde ich gegenüber minimal mehr Damage auf jeden Fall bevorzugen, ganz ehrlich. 100 pro sogar. Ich finde, Damage machen wir eh mehr als genug. Ich habe neulich einen Kommentar reinbekommen mit irgendwie 180, beziehungsweise knappen 200 oder ein bisschen mehr als 200 Bogenschaden ist da möglich. Crazy, also absolut verrückt. Nehme ich meinen Hut vorab. Das klingt schon sehr, sehr mächtig. Aber ich glaube, wir haben 90 oder sowas um den Dreh. Ja, ja, ziemlich genau und töten halt alles. Ja, also wüsste ich jetzt nicht, warum ich irgendwie sagen sollte. Ja, ja, brauchen wir dringend mal noch mehr hier. Aber wir können den auf jeden Fall mal wieder ein bisschen auffüllen. Mal noch einen kleinen. Ja, eben, gell. Oh, mal voll das Ding. Hm. Ja, wo sind die Spöders? Das ist die Frage. Wo sind die Spöders? Viele Fallen gibt es hier nicht. Wer sollte auch in eine Gruftfallen stellen? Ist ja eigentlich, ja. Das sieht doch schon mal gut aus hier. Er beendet durch die Gruft. Äh, Jasper und Adilas Gespräch aus dem Dick ich beobacht. Du bist also gekommen. Ich muss zugeben, ich habe nicht damit gerechnet. Adila. Also doch. Was soll das alles? Warum bin ich hier? Und was hast du mit diesem Mann gemacht? Dein Gedächtnis war schon immer etwas löchrig, was? Auf den Steinkreis. Los. Sie guckt doch voll zu uns. Sie hat die Robe der Mördergilde an, oder? Finde ich mega geil. Die Knie. Jetzt sieh ihn dir an, Jasper. Sieh ihn dir genau an. Who that? Valencio Doran. Beim Namen der Sonne. Richtig. Du hättest sehen sollen, wie er geheult und geschrien hat. Schon erstaunlich, was ein Schwert an der Kehle mit Menschen so alles machen kann. Aber leider habe ich schlechte Nachrichten für dich. Nie mehr. Ich werde dafür sorgen, dass du nie mehr jemandem etwas antun wirst. Und ich werde es genießen. So wie bei all dem Abschaum, der nach dir dran sein wird. Adila, bitte. Das ist doch einfach lächerlich. Du hast nicht einmal die leiseste Ahnung, was du da sagst, geschweige denn tust. Ich weiß verdammt genau, was ich tue. Ich werde das weiterführen, was Vater wegen Ungeziefer wie ihm hier nie zu Ende bringen konnte, Jasper. Und ich werde sie alle büßen lassen. All diese Verbrecher, die meinen, sie könnten der Gerechtigkeit entfliehen. Es hätte mir klar sein sollen, dass du das nicht verstehen würdest. Schau dich an, wie du hier stehst. Löcher in die Luft starrst und dämliche Fragen stellst. Du bist einfach erbärmlich. Der einzige Grund, dass du hier bist, ist, dass ich trotz allem, was du getan hast, trotz allem, was du geworden bist, glaube, dass du ein Recht hast, dem hier beizuwohnen. Du sollst sehen können, wie der Mensch, der uns alles genommen hat, seine gerechte Strafe bekommt. Der schwarze Stein. Oh, verdammt. Dann... Dann ist es wirklich wahr? Du weißt von dem Stein? Ja, das... Ich... Hör mir zu, Adila. Was auch immer du getan hast. Du hast es nicht aus freien Stücken getan. Der Stein, er... Er ist böse. Und er kontrolliert dich. Was soll das werden, Jesper? Einer deiner großartigen Witze? Die Dalvarex haben den Stein seit Generationen. Und dass ich ihn gefunden habe, war ein Geschenk des Schicksals. Damit wir endlich wieder unserer Vorherbestimmung folgen können. Vater hat das versucht, aber er ist gescheitert, weil er nicht gesehen hat, welche Macht in dem Stein schläft. Aber ich habe es. Und ich werde sie nutzen. Nein. Du verstehst das vollkommen falsch. Scheiße. Scheiße, verdammte. Ich... Ich weiß nicht, was ich sagen soll. Das wusstest du noch nie. Aber jetzt ist es ohnehin egal. Hau ab, Jesper. Ich habe mich umentschieden. Ich dachte, dass hier bin ich dir schuldig, aber wie du daherredest, zeigt mir, dass ich mich getäuscht habe. Du bist kein Dalvarex. Das warst du noch nie. Du verstehst mich nicht und du wirst mich nie verstehen. Schau doch mal an, was aus dir geworden ist. Du arbeitest für die Leute, gegen die Vater gekämpft hat. Eigentlich hättest du auch gleich auf sein Grab spucken können. Das ist doch nicht wahr! Gut, gut, gut. Adila, du willst, dass ich gehe und ich werde deinem Wunsch nachkommen. Aber nicht ohne den Stein. Was? Der schwarze Stein. Du wirst ihn mir geben. Etwas Schlimmes ist im Begriff zu passieren. Und ohne ihn werden wir es nicht aufhalten können. Es tut mir leid, wenn es nicht das ist, was du hören willst. Darum geht es dir also. Du willst ihn für dich. Was? Nein! Geh. Adila, ich... Geh! Ich bin ready. Verzeih mir. Du... Äh... Hä? Nee, oder? Nee, oder? Was? Wer seid ihr? Dunkle Bruderschaft, ja. Alter, ist die Robe cool, Mann. Die ist so cool. Warum habe ich nicht so eine Robe? Warum... Warum läuft eigentlich nicht die ganze Welt in coolen Roben rum? Warum haben wir so Kack-Klamotten? Ohne wird es vielleicht diesen Trend losgetreten. So gerne hätte ich fette Roben, dicke Gewänder, sicke Umhänge. Ja. Aber wenn man sich das irgendwo bei sonst wo bestellt, dann ist halt immer... Wow, da wird so auf alle gespuckt, die das produzieren. Ja, also schwierige Geschichte. Aber coole Gewänder wären schon mal cool. Würde ich instant anziehen, sowas. Gönnt's euch doch. Geh auch so zur Uni, zu einer Klausur und die dann komplett hinrichten. Also die Klausur. Ja. Okay. Mh... Was habt ihr getan? Eigentlich würde ich sie schon gerne umbringen, aber ich hätte sie gerne umgebracht, bevor sie hier alles umgebracht hat. Ja, das wäre schon cool gewesen. Ich kann gerade auch noch nicht so ganz glauben, dass da erstmal jetzt weg vom Fenster ist, aber wir gucken jetzt erstmal. Was habt ihr getan? Er wollte es so. Verdammter Nah, Jesper. Du elender. Verdammter Nah. Ich hätte es wissen müssen, dass er nicht alleine kommt. Und? Was werdet ihr nun tun? Versuchen, mich zu töten? Ich sollte euch warnen. Das ist eine schlechte Idee. Wenn du eine Ahnung hättest. Ja, das Letzte, was wir jetzt noch brauchen, sind noch mehr Tote. Gebt mir den Stein, dann lasse ich euch laufen. Der Jesper ist jetzt tot. Willst du mich verarschen? Ey, wisst ihr? Auge des Sturms. Zack, drei Pfeile von der Seite rein. Gelegen, Verdi. Schade. Schade, dass unser Bild uns da nicht mal die Möglichkeit gibt. Ja, sehr schade. Okay. Ja, ich würde schon für Rage gehen. Ganz ehrlich, Jesper der Alvarek. Den Stein gibt sie uns eh nicht freiwillig, oder? Ich meine, sie hat ja auch Jesper den Stein nicht gegeben. Warum sollte sie ihn uns geben? Wir probieren's, dann ist es nicht unsere Schuld, wenn's eskaliert. Den Stein. Natürlich. Mit allem hätte ich gerechnet, wisst ihr? Mit einer Moralpredigt. Irgendeiner ethischen Standpauke, warum ich Valencio nicht töten sollte. Oder eine Entschuldigung, warum er sich all die Zeit über einen Scheiß um mich gekümmert hat. Aber nein, viel besser. Es ist ihm vollkommen egal. Er will nur den Stein für irgendeinen seiner verdammten Aufträge. Und ich war blöd genug zu glauben, er wäre für mich hier. Ich kenne euch nicht. Und ich töte niemanden, der sich keines Verbrechens schuldig gemacht hat. Also werde ich euch gehen lassen. Aber wenn ihr auch nur eine falsche Bewegung macht, dann werde ich euch zerschmettern. Das schwöre ich beim Namen der Sonne. Also ich bin mir hundertpro sicher, dass sie überhaupt keine Chance hätte. Was Jesper gesagt hat, war die Wahrheit verflucht nochmal. Ihr werdet manipuliert, merkt ihr das denn nicht? Hm, nicht ohne den Stein. Gebt ihn mir, oder ich muss euch dazu zwingen. Ja, wir gehen nochmal für das Erste. Sie will es zwar nicht einsehen, aber wir gehen jetzt einfach dafür. Ich habe gerade ein bisschen Bock zu streiten, weil sie kotzt mich schon an. Was ich merke ist, dass ich seit langem wieder eine Perspektive habe. Eine Rechtfertigung dafür, dass ich noch lebe und die anderen nicht. Wenn der Stein mich manipuliert, dann bin ich ihm dafür dankbar. Cool. Okay, nicht ohne den Stein. Gebt ihn mir, oder ich muss euch dazu zwingen. Wie ihr wollt. Ja, genau, gell. Wie ich will. Weil ich das ja auch immer alles will, was hier passiert. Ist genau, genau so habe ich es mir erträumt. Ja, muss man schon mal fairerweise sagen. Der P. Jo, warum bist du ölresistent? So viel zu. Ja, safe machen wir die nackig. Einfach ölresistent. Dürfen wir jetzt schon reinschlitzen? Weil dann ganz ehrlich, weg mit ihr. Oder? Ich meine, wofür sind wir so geskalt, wie wir geskalt sind? Weg mit ihr. Dann... Ich habe dir gesagt, du sollst alleine kommen. Wie kannst du nur, Jesper? Wie kannst du nur? Nein, Adila. Du siehst das falsch. Okay, er stirbt so oder so. Cool. Und jetzt ihr. Und jetzt ihr. Mhm. Na, wie hart willst du auf den Sack? Sag mal, warum sabbern unsere Pfeile so ugly? Ja, genau so. So sieht es nämlich aus. Dumme Scheiße. Warum muss denn jetzt hier schon wieder sowas passieren? Rote Sonne. Alter, sieht das sick aus. Schwarzer Stein der Dalvarex. Nehme ich mit, Alter. Und warum darf ich deine Robe nicht mitnehmen? Alter. Wie man hier wieder nichts tun konnte. Was ich meine, wofür sind wir denn geskilt, wie wir geskilt sind? Sad. Sehr schade. Na, konnten wir jetzt nichts tun. Ich dachte, vielleicht können wir sie von der Seite abholen. Jo, Jesper. Not for real, oder? Daran. Daran. Schon ein schlechter Joke gerade, ganz ehrlich. Oh, macht mich echt ein bisschen sauer. Jetzt im Moment bin ich alles andere als rational. Was soll denn so eine Kacke? Come on. Wir... Ey, wie wir wieder nichts tun konnten. Gar nichts. Ja. Keine Rhetorik auf über 100. Kein A. Wir warten im Dickicht. Wenn's brenzlig wird, xD. Äh. Na. Jetzt würde mich gerade mega interessieren, wie's denn... Oh! Alter, mach doch nicht ihn mit mir. Wer bist du denn schon wieder? Wir haben ja gesehen, doch manchmal der Tod kommt. Es ist irgendwie bitter, nicht wahr? Ungerecht. Ihr... Ihr habt Sirius getötet. Ihr seid wütend, weil ihr mich für den Tod eures Freundes verantwortlich macht. Aber ich habe nur getan, was getan werden musste. Bitte versucht, das zu verstehen. Alles cool, aber du hättest mich nicht so erschrecken müssen. Okay, was getan werden musste? Ich hätte mich um ein Haar... Achso, ihr hättet mich um ein Haar getötet. Erspart mir das Gerede. Was wollt ihr? Euch verärgert meine Art zu sprechen. Und ihr erfragt die Gründe für mein Handeln. Aber was wäre wohl passiert, wenn ich nicht gewesen wäre? Lasst uns einen Blick wagen, Prophetin. Einen Blick in die Wirklichkeit, die ihr der hiesigen so vorzuziehen scheint. Drei Stunden nach eurem Kampf im Bug, läuft Kapitän in Rostius' Schiff in Ark ein. Ihr wartet ab, bis der Lärm verstummt und schleicht mit eurem Kumpanen gemeinsam ans Deck. Und beinahe schafft ihr es. Aber eben nur beinahe. Ein paar Meter vom rettenden Dock entfernt, bemerkt ein Matrose namens Raik eure Präsenz. Es bedarf keiner Erklärung, um zu verstehen, wer ihr seid. Und vielleicht würde Raik euch unter normalen Umständen sogar laufen lassen. Ist er doch eigentlich ein freundlicher und mitfühlender Mann. An diesem Tag aber leider nicht. Seit Jahren arbeitet er nämlich schon auf eine lang ersehnte Beförderung zum achten Steuermanns-Martin. Aber erst heute früh würde ihm die seinem verhassten Rivalen verliehen. Und er ist wütend. So unendlich wütend und enttäuscht. Aber wer weiß, vielleicht ist es ja noch nicht zu spät. Welche bessere Möglichkeit gäbe es, die Kapitänin von seiner Tauglichkeit zu überzeugen, als derjenige zu sein, der zwei blinde Passagiere findet? Zwei, die die ganze Reise von den Vorräten der Mannschaft gezehrt haben? Von da an geht alles schnell. Ein Schwerthieb für euren Nacken, einen für den eures Freundes und niemand, der euch diesmal ein zweites Leben schenkt. Aber so ist es nicht geschehen. Der erste Flügelschlag ist geschehen. Und wo steht ihr nun? Ihr habt Fähigkeiten, von denen ihr nicht mal zu träumen gewagt hättet. Ihr könnt das Echo der Vergangenheit hören. Und ihr werdet Entscheidungen treffen, deren Ausmaß ihr selbst nur am Rande begreifen werdet. Sagt mir also Prophetin, ist dieses Schicksal dem anderen nicht vorzuziehen? Puh, ich weiß nicht. Wir haben also wegen uns ist schon ziemlich viel gestorben. Aber wäre halt auch ein blödes Game, wenn du am Anfang so, boah, hey, wir sind blinde Passagiere. Wir werden getötet. Game. Ja, fertig. So ein Unsinn. Niemand kann die Zukunft vorhersehen. Woher wollt ihr wissen, dass genau das geschehen wäre? Äh, vielleicht ist sie die Kausalität selbst. Ihr wollt wissen, woher ich all das weiß. Und eure Frage ist berechtigt, denn ich kann nicht in die Zukunft blicken. Tatsächlich ist das aber überhaupt nicht vonnöten. Alles, was es braucht, ist ein Blick unter die Oberfläche. Und man beginnt zu begreifen, dass wir alle nicht mehr als ein tosenes Meer aus Wahrscheinlichkeiten sind. True. Und lauscht man dem Tosen nur lange genug, wächst das Formlose schließlich in Form und das Unbegreifliche wird greifbar. Leider, muss ich hier an der Stelle sagen, ist östliche Philosophie an unserer Uni nur ein ganz, ganz kleines Thema. Ich kann verstehen, dass Dozierende an unserer Uni keinen Bock haben, etwas zu unterrichten, wo sie halt selbst nicht so sehr durchsteigen. Vielleicht der Originalsprache nicht mächtig sind und Übersetzungen sind halt immer gleich mal direkt aus zweiter Hand. Ja, da ist Interpretation mit drin, da sind Wörter mit drin, die so nicht gebraucht wurden oder eben so nicht übersetzt werden können. Deswegen habe ich von östlicher Philosophie nicht sonderlich viel Ahnung, aber das klingt mir schon stark nach Buddhismus und Meditation aus dem Meer der Eventualitäten. Na, quasi, wie sagt man dazu, in Balance zu kommen. Und was hat das nun alles zu bedeuten? Welche Rolle spielt ihr in dem Zyklus? Seid ihr ein Hoher? Wir könnten hier sogar für mehr gehen. Und da würde ich definitiv für mehr gehen, oder? Mehr. Das Formlose bekommt Form. Soll das heißen, ihr könnt in andere Eventualitäten sehen? Andere Realitäten? Eure Frage ist, ob ich mehr als nur diesen einen Zweig sehen kann. Und die Antwort darauf ist, ja, das kann ich. Aber gemessen an dem, was ich bin, ist das keine schwer zu erlangende Gabe. Okay. Erstmal, diese andere Eventualität, die ihr erwähnt habt, oder grundsätzlich die anderen Eventualitäten. Gibt es dort den Zyklus auch? Ihr wollt wissen, ob das, was ihr aufzuhalten versucht, auch andere Realitäten bedroht. Und ja, das tut es. Der Zyklus ist eine logische Konsequenz aus den richtigen Umständen, und die sind nicht auf euren Zweig beschränkt. Und was seid ihr? Ihr fragt nach dem Was. Aber eure Frage sollte sein, wo. Und die Antwort darauf lautet, überall. Was ihr hier seht, ist nur ein Splitter meiner selbst. Mhm. Okay, sie ist kein Was, sondern ein Wo. Das heißt, sie ist auch keine verschleierte Frau, die hier rumsteht, sondern irgendeine andere. In Philosophie spricht man bei solchen Sachen, die quasi keine Gegenstände, keine Personen oder sonst was sind, von Entitäten. Ja, zum Beispiel. Geistliche Entitäten. Solche Geschichten. Gibt's dann zum Beispiel, ja, so. Gucken wir mal, was da jetzt sonst noch so abgeht. Und was hat das nun alles zu bedeuten? Welche Rolle spielt ihr in dem Zyklus? Seid ihr ein Hoher? Ob ihr es liebt, nicht. Ihr wollt wissen, ob ich zu denen gehöre, die ihr bekämpft. Aber nein, das tue ich nicht. Die Huhn, die Menschheit, die Steine, das sind die Elemente des Spiels. Ich bin größer als das. Aber ihr versteht nicht, wovon ich spreche. Und vielleicht werdet ihr es auch nie verstehen. Ich muss gerade bei der Message dieses Spiels oder dieses Dialogs, was er so... Wie sagt man denn? Was er so ein bisschen postuliert. Ja, wo er irgendwie sagt, hey... Also dieser Dialog sagt so, hey, guck mal, da gibt es etwas Größeres als uns Menschen. Und das ist so viel größer, dass selbst wenn sie es uns erklären würde oder könnte, könnten wir es nicht verstehen. Ja, das finde ich ganz interessant. Auch immer so was mit Allwissenheit, Allgegenwärtigkeit sind ja zum Beispiel Sachen, die gerne mal, also in der Philosophie einer göttlichen Existenz zugesprochen werden. Und ich denke mir dann immer, wenn so eine Existenz mit irgendjemandem, irgendeinem Menschen, der vermeintliche Propheten, in Kontakt stehen würde, dann gibt es so zwei Schritte. Weil entweder dieses Wesen könnte einem menschlichen Wesen gar nicht erklären, was abgeht, weil unser Verstand viel zu klein dafür ist, zu checken, was die Gesamtheit all dessen bedeutet. Oder gerade weil dieses Wesen allwissend ist, wüsste es, wie es sogar einem geringeren Verstand trotzdem das ganze Ausmaß dieser Geschichte erklären kann. Ja, falls euch das mega interessiert, schaut gerne mal, falls euch der Channel was sagt. In a nutshell, kurz gesagt, gibt es sowohl auf Englisch als auch auf Deutsch. Ist aber ursprünglich eine deutsche Arbeit. Früher noch mit Funk zusammengearbeitet, mittlerweile sind die unabhängig. Und von denen The Egg, beziehungsweise das Ei. Da, finde ich, kommt eine ganz ähnliche Vorstellung raus. Ja, aber wir gehen jetzt hier erstmal weiter. Und was soll das alles jetzt? Habt ihr noch etwas anderes vor, als klug daherzureden? Ihr glaubt, dass es meine Absicht ist, euch zu verwirren. Nein. Aber ihr irrt. Ich bin hier, weil ihr denkt, ich wäre es gewesen, die euch damals auf dem Schiff einen Menschen genommen hat. Und obwohl das nicht stimmt, gefällt es mir nicht, als pure Zerstörerin gesehen zu werden. Also werde ich meine eigentlich non-existente Schuld begleichen. Tretet zurück. Ja, Jesper. Hol ihn, hol ihn. Bitte hol ihn. Ja? Ja? Ich war schon skeptisch, als man ihn nicht looten konnte. Bitte. Jetzt holt er, jetzt holt sie so einen wieder zurück. Stellt's euch vor, Adila. Guck mal, sie ist transparent. Kann ich durchlaufen? Ja, knallhart. Guck mal. Ah, nee, doch nicht. Sie hat Materie. Zumindest im Spiel. Und genau an dieser Stelle kommen wir in den Genuss der neuen Aufnahmemethode. Was? Schon über eine halbe Stunde? Egal. Rein. Jesper, hi. Okay. Jesper? So heiße ich. Sie hatte dich attackiert und ich musste doch etwas tun. Das tut mir so leid. Ich hatte keine Wahl, Jesper. Es tut mir leid. Ich habe sie getötet. Ja, jetzt müssen wir uns noch vorher erst mal rechtfertigen. Stimmt. Okay. Äh, hier ganz oben, oder? Das, äh, danke, aber ich, äh, ich erinnere mich nur noch an einen Feuerblitz und dann, äh, Schwärze. Alles ist so verschwommen. Jesper, ich, ich weiß nicht, wie ich das sagen soll, aber du warst tot. Was? Stellt's euch vor, ihr kriegt so eine Nachricht. So, jo, Leute, ich weiß nicht, was ich euch sagen soll, aber ihr seid alle tot. Ist so. Die verschleierte Frau vom Schiff. Sie hat dich irgendwie zurückgeholt. Ich verstehe es selbst nicht. Ach, das, das ist alles etwas zu viel. Viel zu viel. Bitte, gib mir etwas Zeit mit der Dealer, in Ordnung? Geh nach Ark. Geh irgendwo hin. Aber bitte lass mich allein. Bitte. Alles klar. Okay. Oh, Mann. Sorry, mein Freund. Es tut mir echt leid. Ja, ich würde sagen, wir gehen hier noch schnell raus, oder? Können wir vielleicht von hier gerade zufällig wegporten? Geht das? Weil dann würde ich direkt noch nach Ark porten. Ah ja, hier nicht mit einem Käserad, sondern eher mit einer Teleportrolle. Vielleicht dürfen wir ja von hier, wer weiß. Ja, stark. Ja, Leute. Und in dem Sinne wünsche ich euch was. Auch hier nochmal die Anmerkung, falls euch irgendwas auffällt gegenüber den vorherigen Folgen und den Episoden von dieser Woche. Ja, also von Dienstag, Donnerstag und heute Sonntag. Bitte ins Feedback damit. Bitte in die Comments damit. Würde mir sehr weiterhelfen. Damit wünsche ich euch was. Stay hydrated. Stay underdog. Bis zum nächsten Mal. Euer P. Ade. Hä? Meine Crew, pump ich hoch. Den Bandit, pump ich hoch. Mein Garo, pump ich hoch. Pump ich hoch. Abonnieren, pump mich hoch. Yeah, Lil Baker Man, dieser Pig. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.